Du bist wunderschön. Und dann weiß man schon, aha. Bis Nacht wurden. Alter, hat er mir viel Schaden gegeben. Ich muss ehrlich sagen, ich finde die angenehme, vom Boden aus zu bekämpfen. Komm da mal weg. Shit. Komm her, komm her. Ha! Und noch gedodget. Aber okay. Boah. Ich hätte das schon gewollt. Bullshit. Das war absolut nicht gewollt. Ja, ich hatte dieselbe Idee. Sauern für Arme. Komm her. Komm her. Ja, aber zufrieden. Oh, da wollte ich... Oh. Die können mich wieder ihren Pferd wiederholen. Und das wollte er gerade machen. So, das war Nummer eins. Oh. Oh. Diese Wachen hier. Die Nerven. Okay. Wir holen uns mal den Typen ran. Okay. Wir holen uns mal den Typen ran. Komm ran. Komm ran. Wir haben den Typen gesessen. Das ist leider nicht. Nein. Fokus verloren. Komm runter. Dämliche Schütze, oder? Wir haben den Typen gesessen. Wir haben den Typen. Wir haben den Typen gesessen. Warum kommt der einzelne Schütze hier hochgelaufen? Der hätte mich fast geholt. Ich finde es als angenehmer Ohne Pferd. Ich muss schon springen, dann trifft er nämlich den Reiter und nicht den Pferd. Das wollte er ja im Endeffekt. Oder von der Seite. Gegner zu Fall gebracht. Und? Oh, das ist ja richtig stark. Dunkelkavalleristenhalben. Dunkelkavalleristenrüstung, Stulpen und Beinschutz. Und einen oralten Drachenschmiedestein. Boah. Ah, meine ist... Besser, ja. Ach so. Verrückt. Irgendwo das Falsche. Aber... Sie ist leichter. Ich nehme trotzdem meine Veteranen Richtung wieder. Dazu habe ich auch ein Video gemacht, wie man sie bekommt. Kleiner Tipp. Schloss Soul. Hahaha. Warum? Warum bin ich jetzt abgestiegen? Ach, ja. Ne, 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 ne. Das ist nicht dieses Video. Ich habe jetzt keine Zeit für dich. Das ist... Nein, lass mich in Ruhe. Aber überaus geiler Loot, muss ich ehrlich sagen. Die will jetzt unbedingt mich fertig machen. Ich düse, ich düse, ich düse. Ach, sie ist zurückgekehrt. Puh. Obendrauf noch einen oberen Drachen, ähm, Schmiedestein. Kann man sich schon mal gönnen. Das sind nicht die schwersten Gegner. Oh, wei. Das müsst ihr wissen. Danke fürs Zusehen. Lass gerne ein Abo da. Hau rein. Ciao, ciao.